Besonders, das ist ja schon ein sehr eindrucksvolles Line-Up. Ja, ich denke Take That und natürlich Annette Humpe, das wird sicherlich auch ein ganz bewegender Moment werden. Und wissen Sie, wer gerade angekommen ist? Das merkt man am Lärm. Das wird Take That sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit sogar wird das Take That sein. Und da kommen sie an. Die sehen immer noch so unglaublich gut aus. Das ist der absolute Wahnsinn, oder? Naja, die müssen sich ja auch Mühe geben. Die neuen Boy-Groups, die wachsen nach. Ja, absolut. Und ich glaube, sie bahnen sich gerade den Weg zu uns. Welcome, welcome guys. Welcome, welcome. Come on in, we're all live. Let's make it nice and cuddly. Take That, Sinda. Haben wir bereit? Vielen Dank. Ich werde mich jetzt um Dieselmengen. Geht mal zu den anderen. Woops. Let's get comfy. Let's get cozy, guys. I have to sit right here in the middle. Right here. I'm good. Thank you very much. You guys, welcome to Berlin. How are you? Very good, yeah. Mark, I've asked for you, a fan gave it me. Oh, Mark, should we open it? Mark hat ein Brief und ein Fan bekommen. Let's open it. When you leave, can we have your passes? Oh, so they can come in? Yeah, they want tickets for an after-show. Ah, take that. Werden heute Abend performen. You guys, you're performing tonight. Are you nervous? I don't know, we're excited. Very excited. Yeah, we know 70% of the words, so it's fine. It's really good for us. No, but really, what are you looking forward to most tonight? Getting back to the hotel. Yeah, come on, lads. Whatever happened to Party Animals? Sie freuen sich am meisten darauf, heute Abend nach Hause zu kommen. Whatever happened to Party Animals? The Indian Inn is the new going out. You heard it here first, folks. Zu Hause bleiben ist das neue Ausgehen, sagen die Jungs von Take That. Well, guys, you know what? You have to go inside, because the show is about to start. Yeah, absolutely. Thank you so much for being with us. Thank you, thank you so much. Enjoy the night. Und da hole ich mir jetzt hier noch meinen Komporator. Denn wir entlassen sie jetzt sozusagen in den Abend. Ab 20.15 Uhr live, der Echo 2011 in der ARD. Und da hole ich mir jetzt hier in den Abend.